Ja, hätte ja sein können, dass ich da noch durchschlüpfen könnte. Oh, so viele Negativ-Bärde, das ist so, ah. Ah, das ist wieder. Ah, Quatsch Wie diese Cys einfach mal das Fieder angreifen, das ist auch super Nein! 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 Oh mein Gott, das Vieh hat tot, das ist nicht gut Oh, oh, oh Also habe ich es vorhin doch richtig vermutet Ach du Scheiße Ach du Scheiße. Ähm, ja. Nicht schön. Nee, das ist nicht schön. Ey, da haben die Viecher tot. Ich glaub's nicht. Au, Backe. Oh Gott, oh Gott. Nein, das will mir nicht gefallen. Wirklich nicht, Leute. Wenn, weil, wenn die Attacke trifft, ist sofort aus. Komm her. Ja, nee, klar. Ich, ähm. Schön. Ganz schnell tot machen, meine Freunde. Ganz schnell, bitte. Ich will dieses Vieh nicht lebend sehen. Puh. Ähm. Ach du. Grüne Neuner. Das war's. Das war's. Das Kerlchen ist ja sehr aggressiv. Okay. Okay. Ach, Stolzrobo, du bist es wieder. Alles klar. Oh, Backe. Bis wir den runter haben, dauert das auch eine ganze Weile. Außer ich mach diesen. Hup, boostet uns mal alle hoch, bitte. Okay. 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 Mehr sorge, ich achte schon auf meine Lebensbalken hier. Hup, soll erstmal komplett hochboosten. Sehr schön. Okay. Okay. Hey, 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 hey. Ich weiß, ich sag grad nicht viel, ähm... Ja. Es ist dann doch ein bisschen langatmig hier alles. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Ach nee, eine Schwäche hat es dagegen gar nichts. Ach komm, Cho, mach das Ding doch jetzt mal kaputt. Ach nee, ich weiß, nicht du sieh. Boah, das Vieh ist ja auch nicht ätzend, ne? Und jetzt bitte! Oh! 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 100.000! Oh! 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 Rosjuh! ...Watashiro, Bewker... ...So... ...Koowae san nandattdeここまで... Ich habe mich mit dem Falsch gefordert, dass ich viele Verlösen hatte. Das war der Fall von Falsch, weil ich den Falsch gefordert habe. Ich konnte nicht den Falsch gefordert werden. Ich konnte nicht den Falsch gefordert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Ah, das mit Drosch, das sind einen doch mit, er war zwar unser Feind irgendwie, aber er tut mir dann doch wieder leid und, ach Gott, er ist dann doch sozusagen ein Heldentod gestorben. Er ist so gestorben und hat sein Schicksal jetzt so gewählt, wie er es wollte und, ach Gottchen, Leute, ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn Charaktere verrecken. Das Herz der Etenhalle betreten. Ja, bitte. Ich frage mich, wie weit wir vom Ende entfernt sind. Das frage ich mich gerade.